Meine Mutter sagte einmal zu mir, wer für alles offen ist, der ist meistens nicht ganz dicht. Nun, das hört sich ganz logisch an und irgendwie auch lustig, aber ob das wirklich die Wahrheit ist, das schauen wir uns in diesem Video an. Denn andere Menschen, wie zum Beispiel Albert Einstein, der sagte etwas ganz anderes. Er fand die geheime Formel, wie du nicht nur mental stärker wirst, sondern insgesamt erfolgreicher und ressourcenreicher durchs Leben gehst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich lade dich ein, teilzuhaben an dem Wissen von über 30 Gründungen, die ich selbst durchgeführt habe, über 300 Gründungen, die mein Team und ich pro Jahr immer wieder aus den über 1000 Bewerbern begleiten und aus über 3000 Gründungen, die ich in den letzten 20 Jahren selbst begleiten durfte als Coach oder Berater. Da lade ich dich ein, dich jetzt hier für ein Abo zu entscheiden, aber auch die Glocke zu betätigen. Und wenn du mehr wissen willst, erfährst du gerne zum Thema Förderprogramme, Banken oder Investoren oder allgemeine Geschäftsentwicklung im Rahmen eines kostenfreien Erstgesprächs. Wir arbeiten nämlich bundesweit entweder online über ein digitales oder ein Videokonferenzgespräch oder aber auch offline in unseren Büros. Du bist also eingeladen, teilzuhaben an diesem Erfahrungsschatz und du kannst gerne auch für deine Beratung uns buchen. Und das Gute ist, weil wir zertifiziert sind, bundesweit zertifiziert sind, kannst du unsere Beratung auch bis zu 100% fördern lassen. Und für den Fall, dass es nicht der Fall sein sollte, dass du förderfähig bist, gibt es immer noch die Möglichkeit, entweder Jahresrahmenprogramme abzuschließen oder eine Ratenzahlung zu vereinbaren oder dein Konzept ist so toll, dass wir sogar mit einer Beteiligung in deinem Projekt einsteigen als Berater. Ich wünsche dir nun viel Erfolg beim Rest des Videos. Betrachten wir nun einmal die Aussage von Albert Einstein. Er sagte nämlich etwas ganz Besonderes. Er verwies nämlich darauf, dass das Ergebnis X in deinem Leben, in meinem Leben, in dem Leben der Menschen um dich herum, ein Resultat dessen sei, was diese Person gedacht und gemacht hat. Also wenn ein Mensch aus dem Herkunftssystem X kommt und auch nur über X nachdenkt und dass X möglich ist, und sich X Ziele setzt und die X Methoden anwendet, dann wird er immer wieder die gleichen Methoden dort auch und Ergebnisse einsetzen und bekommen. Und tatsächlich ist es auch so, wenn beispielsweise ein Lkw-Fahrer aus einer Familie kommt, wo auch alle Lkw-Fahrer sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass auch das Kind vielleicht Lkw-Fahrer oder Fahrerin wird. Und wenn diese Person sich dann irgendwo bewirbt und fragt, was sie dann verdient, dann wird sie sich überlegen, was die Eltern verdient haben oder der Cousin oder die Großeltern und wird dann, wenn die alle 1200 Euro verdient haben, auch 1200 Euro sein. Es ist also etwas Besonderes in uns Menschen angelegt, dass wir auf der einen Seite Traditionen aus der Vergangenheit, also aus den Vorgenerationen übernehmen, damit wir nicht alles neu entwickeln müssten. Überleg mal, du machst den Kühlschrank auf und dann müsstest du völlig neu lernen, wie man dieses gelbe, krumme Ding schält, die Banane isst. Das wird dir beigebracht. Auch das Aufrechtgehen, die Sprache, die Straßenverkehrsordnung, all die gesellschaftlichen Vorzüge, die wir hier haben, wie du eine Tür betätigst, die Klospülung betätigst, all das wird tradiert, wird übergeben. Aber Einstein hat gesagt, wenn du so immer weitermachst und stattdessen aber erwartest, dass du statt X auf einmal Y bekommst, nämlich nicht 1200 Euro, sondern 12.000 Euro Gehalt oder selbstständig oder ganz andere Ergebnisse, die du dir so sehr wünschst, dann sagt Albert Einstein, grenze das an Wahnsinn. Du ahnst wahrscheinlich schon langsam, worauf das hinausführt, wenn du nämlich erfolgreich und auch mental stärker sein willst, weshalb es dann wirklich sinnvoll ist, dich zu prüfen, ob du offen bist. Denn wenn dieser Mensch, der aus dem Herkunftssystem X kommt, also zwei Eltern X, Großeltern und Geschwister alle X und in einem Kultursegment, einem Bezirk wohnt, einem Dorf wird, wo auch alle X denken und X machen, dann wird er sehr wahrscheinlich immer X auch selbst im Leben bekommen und im schlimmsten Fall seinen Kindern weitergeben. Wenn du aber X nicht willst, wenn du damit unzufrieden willst, wenn du mehr willst, wenn du Y willst, dann gilt es das zu tun, was Einstein empfohlen hat. Er sagte nämlich schlussendlich Folgendes. Wenn du andere Ergebnisse haben willst als bisher oder deine Vorfahren oder dein Umfeld, dann heißt es für dich, ein bisschen oder vielleicht auch komplett etwas anderes und Neues zu machen. Sprich also auszubrechen, sprich also all das, was dich bisher im Worst Case immer zu X gebracht hat, ab heute sein zu lassen. Wenn du wirklich dafür brennst, Y, was auch immer dein Y ist, ein Unternehmen, eine NGO, NPO oder eine Band zu gründen oder Künstler zu werden, ist völlig egal, was dein Y ist. Entscheint ist nur, seien wir ehrlich, dass deine Methoden und dein Herkunftssystem, nicht das Potenzial, nicht die Fähigkeit, nicht das Know-how, nicht die Kontakte hatte und nicht die Informationen darüber verfügte, die es benötigte, um Y zu bekommen. Sie haben X erreicht. Ob das gut oder schlecht ist, das entscheidest vielleicht gar nicht mal du, sondern jeder Mensch am Ende seines Lebens ganz persönlich für sich selbst auf seinem Sterbebett. Die entscheidende Frage ist, was ist dein Y, wo möchtest du hin? Und jetzt kommt die Frage, bist du wirklich offen dafür, diesen Track X zu verlassen und einen neuen Track Y zu begehen? Ein Pfad, der vielleicht ein wenig schmaler ist, nicht so breit und angenehm, wo links Netflix, rechts das Jobcenter ist, sondern hier ein Weg in Unbequemigkeit, im Selbststudium, im Selbstfinanzierung und Eigenverantwortung zu leben. Also ich möchte dich einladen, wenn du Unternehmer bist, Führungskraft bist oder sich selbstständig machen willst, dass du mit Sicherheit dann ein Y im Verhältnis zu deinem X hast. Bei mir war es so, dass alle mir den Vogel gezeigt haben, allen voran meine Großmutter, die gesagt hat, Kindchen, als Beamter, wie kannst du deinen sicheren Job aufgeben? Das ist doch so sicher. Ja, das stimmt. Sicher ist, dass ich X bekomme. Genauso sicher ist, dass ich Y als freier Unternehmer selbst alles zu entscheiden, mit wem ich wann, wo, wie arbeite, welches Geld ich verdiene, welche Wirkung, welchen Einfluss ich hinterlasse und welchen Nutzen ich bringe und ob ich wirklich täglich auch weiter wachsen kann. Nun, das ist in der Behörde nicht zu finden. Das gibt es nur draußen in der freien Wirtschaft. Also bei mir war es damals so, ich habe tatsächlich alles hinter mich gelassen. Meine Freunde, meine Netzwerke, meine Oma, die stetig gewarnt hat, habe alles hintergelassen und etwas Neues entwickelt. Und dazu möchte ich dich einladen, offen zu sein, nicht für ein bisschen Veränderung, also nicht mal heute mit der linken Hand die Zahnbürste zu putzen, sondern komplett dein Umfeld, das habe ich auch verändert, komplett deine Fähigkeiten, völlig Neues gelernt. Ich kann Kaltakquise, ich kann telefonieren, ich kann mein Zeitmanagement machen, ich weiß, wie ein Geschäftsbrief zu schreiben ist, ich weiß, was eine GOV ist, eine Liquiditätsplanung, eine Jahresabschluss, eine Bilanz, ich kann das alles unterscheiden. Also diese ganzen Themen, die werden auf dich zukommen. Es wird etwas Neues sein, was dein Herkunftssystem möglicherweise gar nicht kann. Vielleicht hast du Glück und du kriegst schon ein bisschen Y mit. Aber sei dir gewiss, dein Y ist sehr vermutlich individuell, also wird auch dein Weg individuell sein und deine Persönlichkeit, die diesen Weg geht, wird auch individuell sein. Und denk dran, dass der Kontext X, die Ergebnisse X, die deine Vorfahren, deine Eltern, dein Umfeld, vielleicht die Gesellschaft, die empfohlen hat anzustreben, dass die völlig überholt sein können. Denn die klassische Karriere in einem Unternehmen, nach Ausbildung oder Studium 40 Jahre bis zur Rente zu arbeiten und mit Anfang 60 rauszukommen, nur die Zeiten sind vorbei. Heute ist es völlig Usus, dass man mehrere Firmen nacheinander oder sogar parallel hat. Ich bin gerade in drei Firmen Geschäftsführer, unabhängig von meinen ehrenamtlichen Ämtern als Vorstandsmitglied oder in den entsprechenden Genossenschaften, Vereinen oder anderen Organisationen. Die Zeiten ändern sich und wenn du deinen eigenen Kontext mit deinem Plus erreichen willst, dann kann es sein, dass du vielleicht sogar deinen neuen Weg findest und dass du eine neue Person führst und dass du einen neuen Kontext, sprich neue Beziehungen um dich herum haben wirst. Also, ist es wichtig, als Unternehmer offen zu sein für Veränderung? Nun, ich glaube, es ist die Voraussetzung. Und das ist nichts Neues. Nicht nur Albert Einstein hat es so formuliert, sondern auch Heraklit sagte schon einst, das einzige Sichere im Leben, nun das ist die Veränderung. Und als Unternehmer ist der Unterschied zu dem Rest der Gesellschaft, dass du nicht am Ende der Welle stehst, wenn sie durchgelaufen ist, die Veränderung, die Trendwelle. Als Unternehmer stehst du ganz vorne, reitest du die Welle oder du verursachst die Welle. Du bist also an der Spitze an den Trends und schaffst aus den vielen Problemen der Gesellschaften Lösungen, schaffst Unternehmen, schaffst Teams, Organisationen, die gemeinsam daran arbeiten, ein Nutzenversprechen, ein spezifisches Nutzenversprechen auch umzusetzen. Dann bist du ganz vorne, aber auch meistens ganz alleine. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, bei diesem Weg, gerade als Gründer, wenn du noch nicht kein großes Team hast und dein Marketing-Experten, dein Steuer- und Finanzexperten, dein H&R-Experten, dein Ops-Experten und dann vielleicht dein Verwaltungsmanager, wenn du das alles noch nicht hast, nur dann brauchst du ein gutes Team erstmal um dich herum, vielleicht auch Berater, die dich unterstützen, dabei das Team überhaupt zu formulieren und zusammenzusetzen und später auch zu führen. Deshalb kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch, denn wir von der X-Gruppe, wir helfen nicht nur bei der Gründung oder bei der Erstellung der Unterlagen, sondern vielmehr auch dabei, dein Unternehmen auf der einen Seite rentabel oder rentabler aufzustellen, aber auch dir, dich als Person zu unterstützen, dir beiseite zu stehen, damit du diese Transformation, diese Veränderung auch 100% gehst. Denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du an der Grenze stehst. von dem Kontext X zu Y und mit einem Bein bleibst du noch bei X und dann willst du aber zu Y rüber. Nun probiere das mal bei deinem nächsten Urlaub in die Schweiz oder nach Österreich. Irgendwann kommt sie, die Borderline, die Grenze und dann heißt es, Abschied zu nehmen und zwar nicht mit einem Bein nach Österreich oder Schweiz einzureisen, sondern irgendwann wirst du das zweite Bein nachziehen. Du wirst also dein Gebiet vollständig verlassen, wenn du in ein neues Gebiet einreisen willst und dort das Gebiet erkunden willst und das wird dir als Unternehmer sehr schnell passieren und ich lade dich heute ein, Schluss zu machen, denn du weißt heute, wenn du so weitermachst wie bisher, gibt es X. Nun, das haben die anderen und hatten die anderen schon und bisher scheint es dir nicht so gut zu gefallen wie dein Y. Also arbeite dein Y an deinem Warum und das Wie, die Motivation kriegst du dadurch, wenn dich darauf konzentrierst, aber schneide ab mit den alten Verpflichtungen und Verflechtungen deines X-Systems. Denk an Albert Einstein, wenn du so weitermachst wie bisher, aber anderes erwartest, nun, da kannst du dich auch selbst in die Klapsmühle einliefern, denn das ist die Definition von Wahnsinn, sagte Albert Einstein. Also schaffe die Veränderung, die ist sowieso da, alles in Bewegung, Hauptsache du auch und ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.